mogelpackung aktienrente was lindner und heil uns mit ihrem neuen rentenpaket 2 vorgaukeln mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die meine damen und herren seit gestern dem fünften dritten 2024 ist ja klar dass es das rentenpaket 2 geben soll und zum einen soll dort die sogenannte haltelinie für das sicherungsniveau bis 2039 festgeschrieben werden das kostet unsummen an milliarden euro und zum anderen soll es eine aktienrente geben also das sogenannte generationen kapital was über aktien finanziert wird und dieses generationen kapital soll dann dazu dienen dass der beitragsanstieg in der gesetzlichen rentenversicherung abgefedert wird meine damen und herren wir gucken uns das gleich mal an in der im berliner morgenpost was die dazu schreiben ich hatte es ja überspitzt ausgedrückt mogelpackung aktienrente was bedeutet das nun ganz konkret ganz konkret bedeutet das für rentnerinnen und rentner erst mal noch gar nichts rentnerinnen und rentner werden direkt von dieser von dieser von diesem rentenpaket zwei überhaupt nichts haben sondern die zukünftigen generationen sollen de facto vor hohen beiträgen geschützt werden eines ist auch klar die beiträge werden nun das ist das ist definitiv klar die beiträge zur gesetzlichen rentenversicherung werden definitiv steigen das heißt also wir werden bis 2035 so um die 22 prozent haben und genau um diese 22 prozent abzufedern hat man das generationen kapital also die aktienrente eingeführt und diese aktienrente auch das hat herr lindner gesagt aber und uns auch erklärt die wird de facto über schulden finanziert das heißt also aktien werden auf kredit eingekauft dafür muss dafür müssen muss die entsprechende stiftung steuern zinsen zahlen und dann muss versucht werden über eine höhere rendite sozusagen hier ins plus reinzukommen wie das funktionieren soll das weiß ich auch noch nicht so richtig also der herr lindner setzt ja auf sprudelnde aktien vulkane die sozusagen riesige gewinne ausfahren so dass die zinsen die hier auf zu zahlen sind auf die kredite um die aktien zu kaufen dann letzten endes hier wieder refinanziert werden und das nachher zum schluss auch noch ein bisschen was übrig bleibt meine damen und herren das ist genau die mogelpackung die uns herr lindner hier vorgaukelt und hubertus heil der steht ja grinsen daneben der meint dass auch dass das auch alles korrekt und richtig sei ich habe da so meine ganz ganz starken zweifel ob das überhaupt möglich ist ob man die gewünschten renditen überhaupt einfahren kann auch der aktienmarkt unterliegt immer wieder schwankungen meine damen und herren ich hatte es in einem vergangenen video schon gesagt beim aktienmarkt beim aktienhandel gucken wir in die zukunft immer in eine nebelwand hinein wir wissen nicht wie sich der aktienmarkt entwickelt wir wissen immer nur wenn wir zurückschauen wenn das wenn wenn wir also sozusagen in der vergangenheit schon dann wissen wir wie der aktienmarkt sich in der vergangenheit entwickelt hat dass wir auf die 30 jahre sicht gesehen sagen wir mal halbwegs vernünftige renditen haben das ist ganz klar aber herr lindner soll sich doch bitte nicht den denken dass er aus den deutschen nun aktiensparer macht das wird es wohl nicht geben wir wissen auch dass das ist ein grundsatz den gibt es im aktien beim aktienhandel dass man aktien grundsätzlich also zumindest nicht die kleinsparer nicht auf kredit kauft und damit noch spekuliert denn das kann völlig in die hose gehen und gibt genügend beispiele wo das passiert ist meine damen und herren ich kann nur so viel sagen wir haben 20 27 im beitragssatz von 20 prozent des bruttolohns 20 35 hatte ich ja gesagt 22,3 prozent oder 22 prozent das renteneintrittsalter soll 2031 bei 67 jahren liegen dann dabei soll es auch bleiben meine damen und herren ich kann ihnen nur so viel sagen das was hier als rentenpaket uns hier verkauft worden ist als sozusagen etwas ganz tolles das ist es nicht das ist es absolut nicht es ist noch nicht mal es ist noch nicht mal ein bisschen salz in der suppe es ist gar nichts meine damen und herren denn die wirklichen probleme in der gesetzlichen rentenversicherung werden mit diesem rentenpaket überhaupt nicht geklärt hat herr heil das weiß er auch also ich schätze ihn zumindest als halbwegs intelligenten politiker ein der weiß ganz genau von was ich rede dass wir ein gigantisches demografisches problem haben die baby boomer gehen rente wir werden wenn alles gut läuft wenn alles gut läuft wir haben wir fünf millionen arbeitskräfte weniger haben wenn alles schlecht läuft wir haben sieben millionen arbeitskräfte weniger haben und was passiert dann meine damen und herren wer soll dann die rentenversicherung finanzieren glaubt herr lindner wirklich allen ernst ist er kann eine er kann mit der aktienrente eine kapital eine kapital gestützte rentenversicherung einführen das wird nicht funktionieren meine damen und herren es hätte nur dann funktioniert wenn wir alle als bürgerinnen und bürger mit ins boot genommen worden wären wenn alle in die rentenkasse einzahlen würden wenn wir zum beispiel ein ein system wie in schweden haben wo wir sozusagen als zweite säule in einen in eine steuernähe in eine aktienfinanzierte altersvorsorge ein einzahlen wo der staat dann letzten endes auch noch entsprechend hier garantien gibt dass das eingezahlte geld wenigstens ausgezahlt oder dann erhalten bleibt aber letzten endes ist es ja so wem kommt denn eigentlich die aktienrente wirklich zugute es kommt den reichen zugute weil die können nämlich jetzt aufgrund höherer höherer aktienkurse und rentenkurse hier entsprechend dann auch höhere gewinne einfahren für uns selber für uns kleinsparer wird es überhaupt nichts bringen letzten endes hält man uns ja außen vor lässt uns nicht mit in die aktienrente einzahlen da hätte ich gesagt das wäre hätte ja noch sinn gemacht aber da hat ja der lindner auch wieder angst davor oder der der herr heil so nach dem motto man könnte ja den armen banken und versicherungen hier auch noch geschäft wegnehmen wenn der bürger sozusagen in einen staatlich organisierten aktienfonds der für die rente gilt mit einzahlt damit man hier echt was gutes tut aber soweit ist deutschland leider noch nicht also meine damen und herren ich halte diese gesamte ja die gesamte aktienrente und auch dieses sicherungsniveau von 48 prozent bis 2039 für eine absolute mogelpackung es ist de facto unbezahlbar wer soll das eigentlich bezahlen wer soll dieses sicherungsniveau bezahlen das ist absolut lächerlich wir hätten hier alle beamtinnen und beamten alle selbstständigen und alle erwerbstätigen in deutschland hätten als allererstes mal die rentenkasse einzahlen müssen und ich gehe auch fest davon aus dass das irgendwann mal kommen wird weil wir können so mit diesem kleinkram den wir hier machen uns nicht weiter verzocken denn das ist ja nichts anderes als der blanke untergang unserer rentenversicherung so sehe ich das zumindest näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter nöppel